Okay, Conard Stamping Nail Care. Wir haben hier Hand und Nail Care Set, also das ist jetzt für die Hände und Nägel, wunderbarer Set, der aus folgenden Komponenten besteht. Wir haben hier ein Cuticle Oil, also das ist jetzt für die Nägel, um die Haut zu entfernen. Wir haben hier eine Body Lotion, das ist eine Hand und Body Lotion. Also es ist auch, wie gesagt, für das Körper natürlich geeignet. Es ist eine wunderbare Body Lotion mit Wildflower, also es sind verschiedene wilde Blumen, wie gesagt. Es ist mit Hyaluronic Acid, also es ist sehr gut für Anti-Aging und Aloe Vera ist drin und wir haben auch Q10, also es ist wunderbare Creme, die man, wie gesagt, für die Nägel, Hände und auch Body benutzen kann. Ich lege das mal hier so auf die Seite. Wir haben hier jetzt die zwei Pfeile, die grobe Pfeile natürlich und eine zartere Pfeile. Also beide natürlich sind super geeignet, um von vorne oder von der Seite die Nägel zu pfeilen. Wir haben auch einen Wafferhirn, der macht dann die Nägel sehr schön. Die Nägel scheinen danach, also man kann es jetzt dann, wie gesagt, so einen schönen Schein dann noch in die Nägel reinbringen. Es hat auch alle, also alle vier Seiten haben eine spezielle Beschichtung, die dann, wie gesagt, für alle Nägel geeignet ist. Und ja, wir haben jetzt mehr Informationen von Konat auch auf der Verpackung und hier haben wir nochmal den, damit man hier die Haut ja auch auf die Seite wegschieben kann. Ein sehr schönes Set, sehr gut für als Pflege geeignet.